Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 und vielen anderen Tätigkeiten leisten die Handschuhe wertvolle Dienste. Für besonders guten Halt sorgt die Latexbeschichtung auf der Handinnenfläche. So rutscht Ihnen auch auf nassen Oberflächen buchstäblich nichts durch die Finger. Bei Garten- oder Umzugsarbeiten schützt die Beschichtung vor Splittern oder Dornen. Praktisch, robust und funktional. Mit den Arbeitshandschuhen von Freiherr von Burgstahl haben Sie in Job und Freizeit alles im Griff.